hallöchen ich wurde gefragt wie viel das wie viel strom das radio aufnimmt immer der elektronik fragte mich oder meinte das soll wohl mehr strom nehmen als ukw so da habe ich jetzt in meinen netztal hinten rein geklemmt und das ist jetzt nicht mehr eingeschaltet ist nur standby und da ist die spannung unter strom 6 volt 0,99 milliampere so jetzt schalte ich das mal ein das ist jetzt auf die ab plus so also um die 200 milliampere ich weiß es nicht ganz genau und jetzt gehe ich mal auf fm also bleibt eigentlich jetzt ist das display mit dem runde gegangen also gedimmt das bleibt konstant wenn ich jetzt wieder auf dub gehe lautstärke kann ich jetzt nicht so laut machen also schwankt ganz schön kann man die antenne rausnehmen moment jetzt ist auch nur das display ein bisschen dunkler es hält sich eigentlich in grenzen und standby ist halt also acht bis zehn milliampere gut dann weiß man bescheid ne also